Es ist schon hell jetzt. Ist wer da? So sieht das Feld schon mit an aus. Wir versuchen nichts Kontakt aufzunehmen. Hallo. Keiner mehr da? Keiner mehr da? Ich habe Eisklötze. Hallo. Hallo. Huhu. Alibidib Alibut. Ist er weg? Weiß ich nicht. Vielleicht zu kalt? Ja, denke ich mir auch. Also. Au revoir. Viel Spaß noch. Bei was auch immer. Wie hat denn nichts geboren? Kannst du wieder in die Tore laden? Ich gebe nichts. 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 Da kann nicht immer das Gutes gehen. Wir versuchen es. Wir gehen die Sache weiter noch im Grund. Es ist jemand da. Haben wir wieder Kontakt? Ja. Hallo. Hast du Lust, dich mit uns zu unterhalten? So ein kleines freundschaftliches Gespräch? Aber du musst du nicht feststellen. Abweben. Du musst anbelagen, nicht ganz einfach. Giдon. So. Wärst du so freundlich und du würdest deinen Namen uns verraten? Frei werden. Frei werden? Bist du gefangen? Wenn ja, wo? Nog da? Von mir scheiden? Wer lässt sich von dir scheiden? Ich kann es nicht so. Ich bin immer andere verheiratet. Ich kann es nicht so. Ich kann es nicht so. Ich bin immer noch nicht so. Ich bin immer noch nicht so. Mit wem tust du zusammenstoßen? Mit einem Pferd? Unschuldig warst du? Wurde dir eine Straftat angehängt? Bist du mit dem Schreibtisch kollidiert? Ist dir am Schreibtisch was Böses widerfahren? Wurdest du vielleicht am Schreibtisch getötet? Wurdest du vielleicht am Schreibtisch? Wurdest du vielleicht am Schreibtisch? Wurdest du vielleicht am Schreibtisch?